Wie viele Tattoos hast du? Eins. Traust du dich einen Kopfsprung vom 5-Meter-Turm? Nein. Was hast du zuletzt gekauft, was teurer war als 100 Euro? Ein geiles T-Shirt. Tee oder Kaffee? Kaffee. Welche DVD hast du zuletzt geschaut? D-Day. Welche Melodie klingelt bei deinem Handy? Eigentlich keine Melodie. Welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne? Superman. Was kannst du im Haushalt besonders gut? Staubsauger. Was ist dein Einschlafmittel? Schlafzimmer. Was nervt dich? Viele Sachen. Deine Schuhgröße? 50,5 A6. Deine Unterhose ist von welcher Firma? Kelvin Klein. Was ist dein Lieblingsauto? Audi. Wie hoch ist deine Telefonrechnung? 150, 200. Mac oder PC? Mac. Dankeschön. Bitteschön. Wie hoch ist dein Lieblingsauto? Wie hoch ist dein Lieblingsauto? Wie hoch ist dein Lieblingsauto? Vielen Dank. Vielen Dank.